Ganz herzlich willkommen hier zum ersten Mal im Julius-Rab-Saal der Wirtschaftskammer Österreich zum heurigen dritten Sports & Business Circle der österreichischen Sporthilfe. Mein Name ist Andrea Radakovic und ich habe die Freude, Sie durch den heutigen Abend, nicht nur Sie, sondern auch unsere Gäste, durch den heutigen Abend führen zu dürfen. Gleich zu Beginn sollen jetzt zuerst einmal die Partner des heutigen Abend, der heutigen Veranstaltung erwähnt werden. Einen ganz besonders herzlichen Dank an die Wirtschaftskammer Österreich und an das WIFE der Wirtschaftskammer Österreich. Vielen Dank. Der Schwerpunkt des heutigen Abends, meine Damen und Herren, liegt auf der rechte Vergabe rund um die Ski-WM 2013 in Schladming und die Möglichkeiten für Veranstalter, Sponsoren und Medien. Von 4. bis 17. Februar 2013 werden das Wintersportland Österreich und der Rest der Welt nach Schladming blicken, wo die heimischen Skistars bei der alpinen Ski-WM für viele Erfolge sorgen sollen. Aber auch wirtschaftlich gesehen kommt dem Sportereignis hohe Bedeutung zu. Seit Monaten läuft die Werberechtevermarktung auf Hochtouren und genau aus diesem Grund möchten wir heute mit namhaften Experten über Werbemöglichkeiten und Sponsoring-Strategien reflektieren, über die aktuellen Compliance-Vorschriften diskutieren, den einen oder anderen Blick auf die Problematik von Ambush-Marketing für Veranstalter und Partner werfen und darüber nachdenken, welche beruflichen und wirtschaftlichen Karrieremöglichkeiten ehemalige Spitzensportler nach der Sportkarriere haben. Allem voran freue ich mich jetzt aber nun, in Vertretung der Generalsekretärin Mag. Anna-Maria Hochhauser, die Marketingleiterin der Wirtschaftskammer Österreich und den Geschäftsführer der Österreichischen Sporthilfe für ihre einleitenden Worte auf die Bühne bitten zu dürfen. Begrüßen Sie bitte Frau Mag. Marianna Kornfeind und Herrn Anton Toni Schutti. Wunderschönen guten Abend. Guten Abend, herzlichen Dank. Sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich, dass ich Sie heute hier namens der Wirtschaftskammer Österreich und namens des Wifi Österreich ganz herzlich begrüßen darf. Wir freuen uns, dass wir einmal mehr mit der Österreichischen Sporthilfe einen Sports-Business-Circle ausrichten dürfen. Warum tun wir das? Vielleicht ein paar Sätze dazu. Es ist uns einfach wichtig als Wirtschaftskammer, dass wir das Thema Wirtschaft und Sport in Relation setzen, immer wieder thematisieren, weil wir wissen, dass der Sport gerade in Österreich eine wirklich wichtige Funktion hat, nämlich ein wichtiger wirtschaftlicher Faktor ist. Und zum Zweiten ist es natürlich auch aus der Sicht der Wifis wichtig, dass wir die österreichische Sporthilfe immer wieder unterstützen können bei der Aus- und Weiterbildung unserer Sportler und Athleten. Das ist das Thema grundsätzlich und daher freuen wir uns heute, dass wir zum Special Highlight der Wintersaison 2013 hier auf diese Komplexität der Thematik eingehen können. Wir haben schon gehört, worum es im Detail geht. Was uns dabei wichtig ist als Wirtschaftskammer ist, dass wir einen Beitrag leisten können, einen Beitrag dazu in diese Komplexität der Themen, die uns alle beschäftigen, egal ob das jetzt die Veranstalter sind, ob das die Sponsoren sind, ob das die Medien sind, dass wir Ihnen helfen, hier vielleicht doch in die eine oder andere Komplexität Licht hineinzubringen. Und damit wäre ich auch schon mit meinen Begrüßungsworten soweit fertig. Ich darf Ihnen einen spannenden, schönen Abend wünschen, viele interessante Diskussionen und ich freue mich, dass Sie da sind. Dankeschön. Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen der österreichischen Sporthilfe darf ich Sie hier in der Wirtschaftskammer recht herzlich begrüßen. Ich bedanke mich für die Gastfreundschaft und die gute Partnerschaft, die wir mit dem Wifi Österreich haben und der Wirtschaftskammer Österreich haben. Ich freue mich, dass wir so hochkarätige Gäste, Podiumsgäste hier begrüßen dürfen zu einem sehr wirklich nationalen Thema, nämlich die Albine Ski-WM in Schladming und die dazugehörigen Compliance-Regelungen, aber auch die Sponsormöglichkeiten, die es dort gibt. Und natürlich ein wichtiges Nachhaltigkeitsthema, das die Sporthilfe immer betrifft, nämlich Aus- und Fortbildung unserer Athleten. Ich darf ihn speziell begrüßen und möchte hier beginnen mit dem Präsidenten des österreichischen Skiverbandes, Professor Peter Schröcksnall. Herzlich willkommen, danke, dass du die Zeit gefunden hast, hier zu diesem Thema Stellung zu nehmen. Ich darf begrüßen einen Gast, der aus der Schweiz extra angereist ist nach Österreich. Er ist der Geschäftsführer der Tridem GSMBH. Es ist die Vermarktungsgesellschaft der FIS, die die Rechte hält für die Vermarktung der Weltmeisterschaft. Danke, Christian, dass du hier nach Österreich gekommen bist, um dieses Thema hier zu besprechen. Es geht auch um Möglichkeiten der Vermarktung und hier ist der Schützer des Rechts der Vermarktungsmöglichkeiten, Dr. Christian Flick, der sich heute den Fragen sehr gerne stellt, was darf man, was darf man nicht, angesichts dieses Themas. Und danke, dass du extra hier angereist bist, Christian. Herzlich willkommen. Für Compliance-Regelungen, die jetzt ja momentan sehr im Mittelpunkt stehen und die auch sehr wichtig sind im Zusammenhang mit Einladungen, Zuveranstaltungen, im Speziellen natürlich auch zur Weltmeisterschaft nach Schladming dürfen wir begrüßen. Dr. Arthur Schuschnig, der Experte in der Wirtschaftskammer Österreichs, zu diesem Thema. Herzlich willkommen, Herr Doktor. Ohne Sponsoring mehr oder weniger kein Sport und Sponsoring im Zusammenhang mit der WM Schladming besonders wichtig. Ich darf begrüßen, Andreas Stieber, Marketingchef der Brau-Union Österreich und hier als Vertreter der Sponsoren quasi, der gesamten Sponsoren, stellt sich hier gerne Ihren Fragen bezüglich Sponsoring und deren Möglichkeiten im Zusammenhang mit der Albine Ski-WM. Herzlich willkommen, lieber Andreas. Zum Thema Nachhaltigkeit für Sportler nach der Karriere konnten wir keinen besseren Mann verpflichten wie Dr. Dr. Christoph Schmölzer. Er ist vierfacher Ruderweltmeister, jetzt erfolgreicher Zahnarzt. Und er stellt sich gerne Ihren Fragen oder Ihren Interessen, was so eine Ausbildung bedeutet für einen Sportler während der aktiven Zeit, aber auch speziell nach der Zeit. Und herzlich willkommen, Christoph. Danke, dass du hier bist. Die Sporthilfe selbst hat einen sehr erfolgreichen Sporthilfe-Super-10-Kampf wieder aufleben lassen. Gestern am Abend war die Übertragung, es waren hervorragende Quoten, es war eine hervorragende Show, wurde geboten. Und wir freuen uns, dass wir hier eine erfolgreiche Veranstaltung wieder etablieren konnten. Und heute sind wir zu Gast hier und bedanke mich im Namen der Sporthilfe für das große Interesse bereits, was hier vorhanden ist. Danke für euer Kommen und wünsche einen interessanten Abend. Herzlichen Dank, Frau Mag. Kornfein und Herr Schutti. Ja, dann würde ich sagen, wir legen auch schon los.